In diesem Video widmen wir uns wieder dem Thema Mauerwerk. Die Grundlagen habe ich dir schon in einem anderen Video vorgestellt. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Jetzt soll es um die Arten von Mauerziegeln gehen, was es für welche gibt und wo die Unterschiede liegen. Nach dem Intro legen wir los. Klären wir zu Beginn, was das denn eigentlich ist. Mauerziegel oder auch Ziegel, oder Ziegelstein genannt, sind aus gebrannten Ton erstellte Steine, welche im Mauerwerksbau Anwendung finden. Die Brenntemperatur liegt dabei zwischen 900 Grad Celsius und 1200 Grad Celsius. Je höher die Brenntemperatur, desto fester wird der Ziegel. Neben hohen Druckfestigkeiten besitzen Mauerziegel auch sehr gute baufysikalische Eigenschaften. Der Kennwert dafür ist die sogenannte Rottichte des Steins. Es gilt, je höher die Rottichte, desto schwerer ist der Stein. Daraus resultieren hohe Druckfestigkeiten und gute Schalldämmwerte. Der Nachteil einer hohen Rohdichte ist eine gute Wärmeleitfähigkeit des Steins. Und das bedeutet, dass die Dämmeigenschaften schlecht sind. Da jedoch die Wärmeigenschaft extrem wichtig ist, gibt es Mittel und Wege, diese bei der Herstellung positiv zu beeinflussen. Zum Beispiel werden dafür Polysterolkugeln verwendet. Das sind Kunststoffkugeln, welche bei den Herstellungsvorgängen verbrennen. Dadurch entstehen Luftporen im Ziegel und die Wärmedämm-Eigenschaft verbessert sich. Wie du dir aber schon denken kannst, reduziert das wiederum die Festigkeit des Steins. Also, den perfekten Stein mit den perfekten Eigenschaften kannst du nicht herstellen. Es wird meistens ein Kompromiss gemacht, zum Beispiel mit einem Wärmedämmverbundsystem oder zweischaligem Mauerwerk. Die Anforderungen an Mauerziegel sind in der DIN 105 geregelt. So, jetzt möchte ich dir die einzelnen Ziegelarten etwas genauer vorstellen. Denn Ziegel ist nicht gleich Ziegel. Im Mauerwerksbau wird zwischen Vollziegel, Klinker, Lochziegel, Planziegel und Blockziegel unterschieden. Schauen wir uns die einzelnen Ziegelarten etwas genauer an. Der Vollziegel. Die Vollziegel oder auch Reichziegel genannt, bestehen zu mindestens 85% aus gebrannten Tonen. Die Schallschutzeigenschaften von Vollziegeln sind sehr gut. Aber wie bereits schon erwähnt, die Wärmedämm-Eigenschaften eher nicht so. Die Herstellung erfolgt durch industrielle Fertigung. Es kommt jedoch vereinzelt noch vor, besonders in Entwicklungsländern, dass der Vollziegel manuell aus Lehm hergestellt wird. Der Klinker. Der sogenannte Klinker ist eine besondere Form des Vollziegels. Die Herstellung erfolgt aus blauem Ton, welcher eine erhöhte Anzahl an Aluminosilikaten aufweist. Durch den erhöhten Silikatgehalt werden die Klinker bei 1200 Grad Celsius gebrannt. Dieser Vorgang wird Sinterung genannt und schließt die Poren des Mauerwerks komplett. Daraus resultieren hohe Druckfestigkeiten und eine sehr gute Witterungsbeständigkeit. Deshalb werden Klinker oft als Sichtmauerwerk unverputzt gelassen. Die Farbgehung der Klinker ist das klassische Mauerwerksrot, was du bestimmt kennst. Der Lochziegel. Die wohl heutzutage am häufigsten verwendete Ziegelart im Hausbau sind die Lochziegel. Wie du das hier auf dem Bild erkennen kannst, haben die Lochziegel hohle Kammern bzw. Löcher im Stein. Daraus resultiert eine schlechte Wärmeleitfähigkeit, was die Dämmeigenschaften erhöht und ein geringes Gewicht des Steins aufweist. Es wird unterschieden zwischen Hochlochziegel, wo die Löcher senkrecht verlaufen und Langlochziegel, wo die Löcher waagerecht verlaufen, bezogen auf ihre Auflagefläche. Bezüglich der Tragfähigkeit der Steine können Hochlochziegel auch für tragende Bauteile verwendet werden, wobei Langlochziegel eher für Bauteile ohne statische Funktion verwendet werden, wie zum Beispiel Trennwände. Damit die Wärmeleitfähigkeit noch verbessert wird, werden die Löcher zusätzlich noch mit Dämmstoff ausgefüllt. Noch ein kleiner Erfahrungswert von mir aus der Praxis bei der Verwendung von Hochlochziegeln mit Dämmstoffen. Ich bin kein Freund von diesen Steinen, denn daraus resultieren zwischen Geschossdecke und Wand immer eine sehr schwierige Auflagersituation aus statischer Sicht. Denn der Stein wird meistens verwendet, um sich das Wärmedämmverbundsystem zu sparen. Aber im Bereich von den Geschossdecken muss trotzdem zusätzlich gedämmt werden, denn Beton besitzt keine guten baufysikalischen Eigenschaften. Daraus resultiert immer ein Versatz, denn der Objektplaner möchte ja gerne einen sauberen Abschluss in der Fassade und keinen Versprung im Deckenbereich. Und dann bekommst du aufgrund des Versatzes der Geschossdecke immer eine außermittige Lasteinleitung in die Wand. Der Planziegel Die sogenannten Planziegel werden als Lochziegel ausgeführt und nach dem Brennvorgang Plan geschliffen. Dadurch kann der Stein eine sehr hohe Genauigkeit aufweisen. Der Unterschied zum normalen Mauerwerk ist, dass die Mörtelschicht auch dünn ist. Das nennt man Dünnbettmörtel. Es wird auch zum Teil Kunststoffkleber verwendet. Im Stoßbereich werden die Steine verzahnt und mörtellos ausgeführt. Der Blockziegel Der Blockziegel wird im Gegensatz zum Planziegel nach dem Brennvorgang nicht geschliffen. Deshalb weist dieser Unebenheiten auf und kann nicht mit Dünnbettmörtel verlegt werden. Es muss eine herkömmliche 10-12 mm Mörtelfuge hergestellt werden. In dieser der Blockziegel gelegt wird. Der Blockziegel hat keine gute Wärmedämm-Eigenschaften. Diese kann aber mit einem Wärmedämmputz kompensiert werden. Das soll es erstmal zum Thema Mauerziegel gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir einen kompakten Überblick über die gängigsten Ziegelarten geben. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, kannst du mir gerne einen Kommentar schreiben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du mehr zum Thema Bauplanung und Bauausführung wissen willst, dann abonniere diesen Kanal. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.